Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von mir auf meinem Kanal AnimePanda, heute spielen wir mal wieder Gangbees und dich nehme ich jetzt mit, du kriegst jetzt deine Hose gewindelt, ne wie heißt das, ja, oder schätze niemals die Pandas, die können klettern, gewonnen, was war das, war nur mein Mikrofon, Digga, was tust du in deinem Zimmer, Nein Mama Mia, ich will ihn, ich will ihn, kommst du hier bitte mit, nein, HBC hat sich das Leben genommen, okay, willkommen zum Jump'n'Run Kurs 3000, Panda gegen HBC, wer wird gewinnen? Äh, da will ich, da will ich, da will ich runterfliegen, ja, entweder du gehst dahin oder springst so gesagt rüber, wenn aber deine Platte so gesagt nicht so frei ist, dann musst du halt, ja, da vorne hin, oder halt, Oh Mann, nein, diese LKWs hier, okay, du musst nach mir springen oder nach vorne, sprichst du mir, oder nein, ja, leg dich dahin, schnell, du wirst dein Kopf in Abraschieren, Das ist passiert, boom, geschafft, okay, bei mir ist schon wieder, leg dich am besten wieder hin, so, ich kann nicht aufstehen, okay, so, Guck mal, wie ich liege, Alter, ich hab's wieder geschafft, okay, jetzt, diesmal musst du, warte, komm, ich springe bei dir rüber, so, jetzt, Ich bin hier unten, ich kann mir niemand helfen, Aaaaaaaaaaaaaaaa yet Auchショck! Ich stöhne hier begrüßt. Guck jetzt, wie ich dich bin. s 준 emek Man! Ich versuch to klettern. Ich bin oben! Ich hab's oben geschafft. Jaaa! Ok, wo es das nächste hin damals? Ok, bei mir. Alter, was war das? Was war das? Ich bin auf einmal weg. Ich dachte, ich wäre tot. Oh mein Gott, ich habe viel Sticksil in der Luft gemacht. Aber wenn du es so gesagt noch schaffst, dann kannst du auch zum Beispiel zu mir rübergehen, wenn es bei mir offen ist. Aber wenn du es so gesagt noch schaffst, dann kannst du auch zum Beispiel zu mir rübergehen. Moin, moin, wie geht es dir so? Was ist das? Das sind die Zerstörungsmöglichkeiten. Da solltest du nicht reingehen. Geh lieber baden. Viel Spaß im Badebecken. Und wie ist das Wasser so? Warm oder kalt? Ja, mit dem Badebecken. Ich mache dir die Tür auf. Das ist ziemlich komisch hier. Warum denn komisch? Guck. Hier ist der Panda. Was ist das eigentlich? Nein, du darfst da nicht reingehen. Das ist hochgefährlich. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Heute sind wir illegal auf dem Zug, ne? Komm, lass mal schnell rüber. Ja. Weil ich habe gehört, die lassen heute irgendwie hier, da sind irgendwie Drogen drin und die lassen gleich die Ware fallen. Hey, HBC, was ist passiert? Hä? Hä? Warum bist du eingeschlafen? Oh, wackel. Oh, oh, oh. Hä? Wo sind wir? Hallo? Wach auf! Hä? 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 Wo sind wir hin? Wir sind in der Antarktis. Oh, oh. Warum sind wir hier? Wir sind doch beim Zug eingeschlafen. Weil wir ja nicht. Was hast du getan? Du hast doch bestimmt irgendwas getan. Sag's mir. Nein, ich habe nichts getan. Außer nur die Glocke aktiviert und den Kanal abonniert. Ich kann ja aber lange nicht überleben. Ich bin ein Panda, kein Eisbär. Was sollen wir hier machen? Hast du ein Handy dabei, dass wir irgendjemand anrufen können? Ja, aber da gibt es nur YouTube mit dem YouTube-Kanal Anime Panda. Ja, stimmt. Mann, so langsam halte ich nicht mehr aus. Wir haben seit zwei Tagen nicht so gehaubt. Nein, ich kann mich noch nicht erlassen. Hi Anime! Ich habe gehört, dass dir gleich riesen Kackwürste vom Himmel fallen. Stimmt. Ey, das nehme ich mit. Ah! Ich habe gehört, dass hier Pandas gebraten werden. Was? Ja, hier sind Pandastücke. Warte, hier müssten gleich Pandastücke. So, jetzt kommst du in den Lava, Alter. Nein, bitte nicht. Ich habe nichts getan. Ein wunderschöner Tag hier. Wer ist das denn? Ich wecke ihn mal mit meinen Panda-Fähigkeiten auf. Wua! Ah! Ah! Was macht ein Mensch hier oben? Ich bin hier... Panda, ich bin ein Savice. Ach so, ich habe mich hier verlaufen. Ich bin auch versehen. Ich habe nach Bambus gesucht. Ach, deswegen warst du drei Jahre weg. Ja, ähm, hast du mich gesucht oder was? Lass mal gucken, ob ich hier runter bin. Ja, natürlich. Ich habe Höhenangst. Ist da gerade was runtergeflogen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hä, warum hört ihr die Treppe auf? Hä? Oh! Mann, wann kommt er denn endlich? Ah, da bist du schon. Hi. Ich wollte mich hinsetzen, auf einmal ist die Bank rumgedreht. Kennst du noch Jeffrey? Jeffrey? War der nicht letztens in so einem Video da? Ja. Jeffrey? Ich erschrecke ihn mal. Wua! Hat Jeffrey Angst vor mir? Jeder hat Angst vor mir, denn ich bin ein... Ah, Jeffrey, Jeffrey will Rache nehmen. Los, schnell, schnell! Wir müssen alle Bänke retten. Oh mein Gott, der ist extrem wütend. Ich glaube, ich habe ihn geweckt. Ich glaube, er hat den Zoo retten gemacht. Wir müssen alle Bänke retten, sonst bekommen wir Ärger von der Zooleitung, dass wir hier sind. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jeffrey, bitte nicht, verzeih mir, ich habe das nicht aufgemacht. Das war er. Nein, das weiß ich nicht. Er war das. Was soll ich nicht tun? Doch. Hier, guck. Ich tipp ihn. Ah, ich... Ja, was? Nein, er darf die Bank nicht nehmen. Das merkt die Zooleitung, da bekommen wir Ärger, dass wir eingebrommen haben. Schnell. Nehmt die Bank. Meine Frau, ich bin ein bisschen zu Hause. Pass auf, bitte. Pass auf. Ab und hier, schnell den Kanal an, dem E-Bahn-Aman. Ja, bevor wir sterben, komm, wir hauen jetzt ab. Ja, ein Dabby! Mach hin! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh! Hilfe! Hilfe! Oh! Oh! Ich hab's nicht befreit! Ich schaff's raus! Nein! Lass los, Jeffy! Oh, er zerquetscht mich! Oh mein Gott! Ja! Ich rette dich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Endlich die Band! Nein, die arme Band! Schon wieder! Banda! Hä? Was ist hier los? Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich hab das Brett genommen. Hast du alle Fenster schon sauber gemacht? Hilfe! Meine Hand steckt im Brett! Oh, jetzt nicht mehr! Warte! Oh! Was hast du getan? Was hast du getan? Warum bist du da? Geht's dir gut? Warte, ich komme! Moin, wie geht's dir so? Na gut! Ähm... Es ist ganz schön kalt hier oben! Warte! Kannst du... Kannst du meinen Rucksack eben nehmen? Und darauf meine Jacke holen? Ja, warte! Ah, pass auf! Ja! Ah, dankeschön! So, zieh ich mir eben an! Wuuu! Zack! Wuuu! Wuuu! Okay, ich bin angezogen! Darf ich deinen Mantel eben auch noch haben? Nein! Okay! Oh mein Gott! Einfach deine... Ich hab mit dir eine Rückwärtshaltung gemacht! Wuhuu! Ich erschreck dich jetzt, okay? Wetten, ich schaffe es dich jetzt zu erschrecken! Wuuuaaaah! Wie... Warum dann? Mann... Ich schaffe es einmal nicht, hier zu erschrecken! Ich setz mich hier hin. Ah! Nein, Bana! Hilfe! Hilfe! Rette mich! Ich habe deinen Fuß. Ja, lass uns einfach so lange hier sitzen. Bitte lass nicht los. Ich muss nicht los. Ich darf es nicht los. So, unsere Challenge für, so gesagt, das Ende des Videos ist, in die Unten diese Container zu kommen. Okay, so, ich versuch's. Also man sollte sich vielleicht hier so festhalten und dann so mit seinem Körper schon mal so rüber gehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Ja, okay, ich habe mich jetzt nur noch ein bisschen runterlassen. Und ich bin drin. Ja, ich bin drin. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, kommst du auch, versuchst du auch reinzukommen? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm rein, ich chill hier. Ich chill mit der Kuh, Digga. Ich hatte dich fest. Wo sind wir jetzt? Hier, warte, hier kann man ein bisschen sehen. So, Leute, ich habe jetzt hier jetzt geholfen, hier reinzukommen. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und ciao. Boah! Boah! Bis zum nächsten Mal.